hallo und herzlich willkommen zur folge 57 58 58 und ich höre das eis unter mir prallern und ja ich merke auch hier ist es glatt oder mal schlitter ja mal ein bisschen jetzt ist er wieder auf ich finde das cool gemacht er muss ich mal bremsen und dann muss man auch mal ein bisschen jetzt bin ich aber über ein budget ach ich wollte tanken fahren müssen wir den nächsten nehmen ist man den nächsten nehmen haben wir noch fernlicht an nein habe ich nicht unter mir ist wieder ein auto oder ein lkw sieht er aus wie ein auto also das ist keine map wie gesagt es ist eine modifikation von der mechtern das war ja knapp hier ist auch irgendwie komisch okay erfunden ist mal runter irgendwo hier ich falle aber noch ein bisschen vorsichtig herunter wo denn da drüben kommt nix ja 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 oh la 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 hoppala 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 ich falle lieber mal nene nene lassen wir den mal noch vorbei ja das schild steht gefährlich ich war 81 und dann zieht trotzdem vorbei eben sehr langsam ist das überhaupt eine autobahn 21 stand da gerade was ist denn das ja für ein gerät da ist eine tankstelle da muss man so rüber da ist eine tankstelle das war knapp bremsen ich glaube wir müssen zurücksetzen oder aus und gucken wir doch mal ja da passt viel rein ohne seno das euro der gesamtpreis verschwindet zack 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 zumal hier dänisch kargo aus der los der glatt es geht es geht so diese schnell nicht zu schnell ich habe hier Tempomaten ein hier mehr Licht an wir haben Licht an so hier geht es nach Italien runter mir kommt es irgendwie vor dass ich immer weiter südlich fahre ich möchte doch nach Norden nach Norden nach Norden nach Norden nach Norden nach Norden ist es schon aufgefallen dass die kai auch schneller fährt als lkw fahrer vor allem die fährt er auch schneller die fahren so zwischen 80 und 90 aber manche bleiben auch hinter allen wieder jetzt gerade ja da muss der abbiegen er muss abbiegen oder fährt einfach mal links der gerade entgegengekommen ist auch gut und hinterbremsen so ist eine kurze oder an die die landstraße über bremsen meine straße wird fortgesetzt hier ist eine 60 aber laura hier ist eine 60 so zack rein da jetzt weiß ich warum ich das ding aus hatte ist da auch mal eine schöne kamera ja wunderschön um ein schneemann der zappelt hier rechts im bild was machen die hinter mir gut achtung auch mal ein bild machen jetzt aber alles aus ja er trinkt leuchtet was also auch nicht und die wollen ja strikt weiter dürfen sehr ruhig rutsch ja ein bisschen sehr vorsichtig lenken zack 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 es gibt momente wo ich nicht alles machen kann da muss ich aber ein bisschen mit nachhelfen aber noch klappt es durch mal diese bäume an ja ist schon gut gemacht das dinge sagen wir haben wir minder uns schau dich so aus ich darf mich sehr ruckeln hier sonst entfliegt mir alles um die ohren vorne ist eine dankstelle ich kann die flaggen nicht erkennen welchen land mir jetzt sind wahrscheinlich england weil er ist gerade von irgendwie auf unserer straßenseite gefahren das erklärt einiges da würde ich einfach mal sagen wir sehen uns in der nächsten folge wieder bis dahin euer des geßels ciao ciao ciao